Das ist Sensei Flachy wieder am Start mit einer neuen Folge von Minecraft Bad Wars und ja, ihr seht es schon, das kleine Biestchen neben mir. Hallo Alex. Hi. Und mit dabei auch von der letzten Folge, ihr seht ihn hier schon angekommen mit seinen kleinen Hüftproblemchen. Hallo Lenny. Hallo. Hallo. So, da wollen wir mal hier eine geflächte Runde Bad Wars spielen, ne? Ja. Oder um es für Alex zu sagen, Obacht, ne? Mhm. Ah, das ist die Mapdown. Spaut hier auf Eisen? Ich hab nämlich keine Ahnung. Ähm, nein, Eisen spaut hier nicht, das ist der Helly-Shopter. Oh. Ja, nur ein Flugzeug. Oh, okay, dann brauche ich mich hoch zum Eisen. Oh, Leute, ich hab verkackt. Oh mein Gott, sei das. Oh mein Gott, Alex. Wie kannst du... Sag der Richtige. Sag der Richtige. Also, Flary, ich werde dich nochmal daran erinnern, wie du letzte Folge gestorben bist. Ja, ja. Wer die Folge noch nicht gesehen hat, kann da jetzt bitte auf Pause drücken, auf den Kanal gehen und guckt sich das bitte einmal an. Die Mimik dazu, die ich gebracht habe, ist sowieso die beste gewesen. Nice. So, ich baue ein bisschen das Bett ein. So, dann werden wir jetzt hier jetzt mal gucken, dass wir jetzt ein bisschen was geschissen bekommen. Oh, da ist jemand runtergefallen. Wie kommt das denn nur? Pass, Brown, lass mich. Wie kommt das denn nur, dass man da runterfällt? Weiß ich nicht, durchs Fast-Britchen oder Ähnlichem? So, wollen wir nicht vielleicht irgendwie über irgendwas talken oder so? So ein bisschen still. Stop, da musst du dich höher konzentrieren. Ja. Achso. Ja, ich bin gerade runter. Achso. Okay. Und ich war kurz vor... ...Lebette gewesen. Von dem Team. Oh nein, ich wollte zum Team Blau gehen. Ich halte zum Team Grün. Ja, nach Team Grün wollte ich auch gerade gehen. Warte, Alex. Also ganz viele Krippe. Komm mal mit. Alex ist behörflich. Ich kann die mal ein bisschen hier ablenken. Oh, ich hab hier gerade einen roten mit runtergehauen. Ich bin runtergesprungen. Kein sicher. Oh, Alex. Oh, scheiße, Grün noch. Oh, scheiße, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. In Grün sind zwei Steve. In Grün sind zwei Steve-Skins. Und ein Palle-Skin. Und ein Palle-Skin? Die Palle-Skins sind mir meistens hier immer auf dem Server am bestliebsten. Weil die meisten Palle-Skins hier können nämlich nix. Das können die sich nicht hinmachen. Kommt ein roter? Oder ein Clown. Kommt, zwei rote kommen zu uns. Zwei rote. Entschuldigt für diesen kleinen Husten. Einen hab ich down. Ja, ich hab beide. Beide down, nice. Eh, nö. Ich hab mal zehn Gold mitgebracht. Was? Hast du vielleicht was für mich übrig? Kannst du gerne alles haben. Oh, auch gut. Alter. Bitte? So. Ja, ne, drei Gold. Einfach mal ne Küche irgendwo hin. Ja, ich mach ne Käste schnell. Ist da die Kiste? So, jetzt hab ich genau das, was ich wollte. Den Fussel-Mano runter. So, ich hol mir dann mal hier ne Insta. Und was zum Husten natürlich, ne? Ah. Verständlich. Ich glaub, ich brauch ne Bombele. Ich hol mir dann jetzt mal als erstes das Bett von Rot, ne? Äh. Jo. Jo. Ich geh. Ich glaub, Rot kommt gleich wieder zu. Rot kommt zu uns, also passt auch. Ja, eine Rote. Ja, dann lass den mal. Haut den schön runter. Ich geh dann schön von hinten ran. Steig dann bei den schön aufs Dach. Hol mir das Bett. In aller Seelen Ruhe. Ui, grün ist auch in der Mitte. Rot ist down. Gut, und das ist wieder einer dieser komischen Mitte-Typen. Ui, öpp. Ilrohe. Ui, ich bin down. Scheiß, grüner. Lass mal auf drühen gehen. Die werden langsam gefährlich. Äh, küh. Rot kommt schon wieder. So. Warte. Ich helfe dir mal ein bisschen. Leckst du bei dir auch gerade? Nicht wirklich. Komm mir nicht mehr weg. Warte. Oh, ein Rot ist durch. Oh nein, der Rot ist durch. Okay, schön. Das ging ja noch. Da kommt ein grüner. Achtung. Ja, das ging doch. Heute soll es nur sein. Wollen wir mal bitte den Platz, wollen wir mal. Ja. Ja. Verdammt. Aber sonst geht es sehr gut, ne? Ja, sonst geht es mir ein bisschen gut. Abgesehen vom Husten. Abgesehen vom Husten und diesen kleinen Ausrastern hier. will man da, wenn man sich in den großen Husten und diesen kleinen Ausrastern hier hat. Du bist ein bisschen guter? Ich will nicht mehr weg. Ich will nicht mehr weg. Genau. Du bist ein bisschen guter, ach. Du bist ein bisschen guter. Du bist ein bisschen guter, ach. Ja. Aber hey, ne? So. Ich geh jetzt mal zu grün. Joa. So. Und nen grüner in die Mütze. Wollen wir uns von oben... Der mit dem Bogen ist down, ne? Nice. Wollen wir uns vielleicht von oben zu grün bauen? Äh, was mit Insta-Bitches. Okay. Und es kommt schon wieder ein Roter zu uns. Hast du den? Also du kannst jetzt nicht. Probier. Mein Bestes. Ich hol mir jetzt erstmal das Scheißbett hier von den Roten. Ich komm mit. Okay. Ist der nur noch weg? Der hatte nur noch weg. Ich bin durch. Und ich hab deren Ben. Nice. Schön. Der eine hatte wirklich genau noch weg. Ist dieser Frusel-Manu nicht ein Kollege von dir? Oh mein Gott! Ja gut, da oben steht sie. Da oben steht sie. Ja. Ja. Sie oder er? Keine Ahnung. Es. Es. Ein S stimmt. Ein Delifatou. Jetzt lass mal zu grün gehen. Ja, Flori. Ja, Moment. Ich hab dir mal was gegeben. Ja, brauch ich. Ich brauch nur. Rot kommt. Ich hab sie nicht bekommen. Mach mal. Die kommt von oben. Ist runter. Ich mach doch nicht so. Mein Gott sind die blöd. Nice. Mein Gott sind die blöd. Ich baue da zwei Blöcke ab und er checkt es sich und läuft einfach geradeaus runter. Aber sonst, ne? Ich dachte dir geht's gut. Ja, mir geht's gut. Mir geht's sogar richtig gut. Ja. Und dazu kann ich nur sagen, oh mein Gott sind die blöd. Glaube ich ja. Ah, sind die blöd. Ich baue da zwei Blöcke ab und er checkt es sich und läuft einfach geradeaus runter. Ich hoffe ich schätze. Ich hab's mit어였aticci drauf. Ich hab's mit dem Publikum. Oder auch nicht? Oh Scheiße. Wo ist der? Bei Coolyn? Äh, weiß ich, in der Base. Ich geh da jetzt einfach mit ner Spitzhack hin und klopp ihn kaputt. Ah ja, schön wenn man so blöd ist. oh man hey warte geh du da hoch geh du da hoch falls sie sterben solltet ich hab ein paar schwerter nachgekauft ja und der lenni hast du schmaragde? zwei stück dann komm mal bitte übern teleporter geh mal bitte übern teleporter ja dann lenken wir ein bisschen ab rüstet dich aber vorher bitte aus jo hallo hallo ich geh mal ein bisschen eisen und wie teuer ist so eine instant brücke? acht eisen oh das war noch lang ok jawoll gg gg ja leute das soll es dann aber auch von diesem video gewesen sein ich hoffe euch hat es gefallen mein zweites video mit der facecam ich weiß die emotionen sind noch wie steine ich würde mich aber trotzdem über eine positive bewertung freuen hätte ich jetzt beinahe den fahnen verloren wir sind raus bis zum nächsten folge macht das gut und cheerio ciao 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 rah hano ha 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 ha